Ferl, freust du dich auch schon so auf Weihnachten? Nein, eigentlich gar nicht. Wir haben besucht mich in eurer Zeit. Ich hab da wen für dich. Wo? Das war ein Leiband. Doch, schau. Sepp, komm rein. Ich bin schon voll in Weihnachtsstimmung. Ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen, du alter Stiefi. Wie geht's dir denn? Und? Kennst du ihn noch? Nein, nicht er. Ich bin mit ihm in die Schule gegangen und er hat mich nur mit Schnee hergerübelt, hab mit Schneebälle angeschossen und war immer ungut zu mir. Oh. Das waren noch Zeiten. Aber witzig war's. Ja, voll witzig. Wir können ja gleich nochmal rausgehen. Ja. Nein, echt nicht.